Vor langer Zeit lebten Erdponys, Pegasi und Einhörner in Harmonie miteinander. Warum sind wir eigentlich keine Freunde mehr? Vielleicht finden wir das eines Tages raus. Passt so! Hi neue Freundin! Ein Einhornangriff! Nein! Spielen alle Ponys hier verstecken? Hey, ich sehe dich noch! Ein Einhorn! Ich hab dich! Ihr Sohn ist in Sicherheit, Ma'am. Das ist nicht mein Kind! Gern geschehen! Komm, ich bring dich hier raus! Zeig mir mal deine Magie! Meinst du das? Tada! Besetzt du denn keine Magie? Wir hatten mal welche, aber da ist sie Puff! Verschwunden! Hey! Hey! Au! Izzy, wir machen uns auf den Weg nach Sephir Heights! Die Pegasi-Stadt? Wir müssen herausfinden, was mit eurer Magie geschehen ist und sie euch wiederbringen! Aber die Pegasi sind nicht gerade unsere Freunde! Wow! Ein Einhorn? Und ein Erdpony? Okay, ich glaube, das wird heute noch interessant! Wir brauchen Glitter! Besonders viel Glitter! Yay, ein Makeover! Ich liebe Makeover! Großartig! Los kommt, liebe Ponys! Wuhu! Aufgepasst! Die ultimative Challenge! Nein, ich spiele nicht! Ich gewinne! Große Worte für so ein kleines Pony! Du wirst schon bald von meiner Größe überzeugt sein! Oh, dankeschön! Dankeschön! Keine Fotos! Okay, ein Foto! Okay, ein Foto! Na, 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 na! Na, 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 na-